Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Leiterplattentechnik Lötoberflächen. Ich bin Andreas Schilp, der Moderator des heutigen WIRTE Elektronik Webinars und begrüße Sie recht herzlich. Der Referent des heutigen Webinars ist ein erfahrener Spezialist der WIRTE Elektronik Circuit Board Technology. Bernd Schröder ist Fertigungsleiter im Werk Niedernhall und er ist vielleicht ein bisschen aufgeregt, weil das hier heute sein erstes Webinar ist. Herzlich willkommen Bernd und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und neue Erkenntnisse. Ja, danke Andreas und von mir auch ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar zum Thema Lötoberflächen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute dabei sind. In den kommenden Minuten werden wir etwas tiefer in die Welt der Endoberflächen eintauchen und ich hoffe, wir können Ihnen spannende Einblicke sowie praktische Tipps geben. Ja, lehnen Sie sich gern zurück, machen Sie es sich etwas bequem und lassen Sie uns gemeinsam in das Thema eintauchen. Ich möchte kurz auf die Agenda eingehen. Wir haben zum Anfang eine Übersicht über den Weltmarkt, auch von WIRTE Elektronik. Wie entwickeln sich denn Lötoberflächen, Lötoberflächen. Wir haben dann die einzelnen Oberflächen in Details aufgegliedert. Wir zeigen Ihnen, wie die Prozesse dafür aussehen. Wir zeigen Ihnen Vor- und Nachteile, bekannte Risiken im Feld. Wir wollen Ihnen natürlich auch gern einen Tipp geben, wie wählt man denn die richtige Oberfläche aus und vor allen Dingen Empfehlungen für verschiedene Anwendungen. Und natürlich wie immer zum Schluss eine kleine Zusammenfassung und auch einen Ausblick in die Zukunft. Ja, ich möchte ganz kurz noch auf unser Produktportfolio eingehen. Wir bieten Ihnen Leiterplatten alle aus einer Hand. Eine große Technologievielfalt von Basic bis High-End Technologien. Von ein Stück aus unserem Online-Shop bis zu großen Serien aus Asien. Alles ist möglich. Kurze Lieferzeiten, nicht nur für Muster, sondern auch für höhere Stückzahlen aus dem Serienwagen sind möglich. Ja, das sind unsere Produkte. Und bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Das Thema Oberflächen ist sehr, sehr umfangreich und daher können wir heute nicht alle Aspekte abdecken. Das Thema Drahtbunden und Polymeroberflächen wird in diesem Webinar nicht behandelt. Sehen Sie es uns nach. Das Thema ist wirklich sehr umfangreich und sicherlich in einem nächsten Webinar werden wir uns sicherlich damit näher beschäftigen. Ja, kommen wir nun zu den Oberflächen. Wie sieht denn der Weltmarkt aus? Welche Oberflächen werden denn im Weltmarkt angewendet? Und man sieht hier eine Übersicht, wie in der Welt die Leiterplattenoberflächen verteilt sind. Und man sieht natürlich, die OSP-Oberfläche ist die größt verwendete Oberfläche. Und es liegt sicherlich auch daran, dass es die preisgünstigste ist und natürlich in Massenprodukten wie Elektronikgeräten eingesetzt wird, wo flache, leicht lötbare Oberflächen benötigt werden. Typische Anwendungen dafür sind die Konsumgüter, Elektronik, Haushaltsgeräte, Telekommunikationsgeräte, Spielekonsolen usw. Und daher auch eine sehr gute Oberfläche für Oberflächen, die eben keine Belastung oder extreme Umweltbedingungen in dem Verlauf haben. Ja, man sieht in der rechten Übersicht die Trendbetrachtung der letzten vier Jahre. Und man kann halt sehen, dass diese Hot-Air-Leveling-Oberfläche doch verliert. Das liegt sicherlich auch daran, dass sie an ihre Grenzen stößt. Auch Materialien müssen zuverlässiger werden. Und dieser Hot-Air-Leveling-Prozess ist doch ein sehr aggressiver Prozess, weil ja eben die Leiterplatte direkt ins Lot getaucht wird. Wir kommen später noch dazu. Wir gehen dann auf diese Oberfläche im Detail ein. Ich zeige Ihnen dann auch, wie diese Oberfläche aufgebracht wird. Ja, also diese Oberflächen, die zunehmen, sind natürlich Lötoberflächen wie Enic und Enepic. Enepic ist sehr interessant, weil die natürlich auch ihre Möglichkeit zum Bonden hat. Deswegen wachsen diese Oberflächen auch. OSP steigt auch. Das liegt natürlich bestimmt auch am Weltmarkt. Der steigt in Sachen Konsumgüter-Elektronik oder Allgemein-Elektronik für die Telekommunikation und Smartphones etc. Ja, ich habe Ihnen auch eine Übersicht erstellt von Wirt-Elektronik. Wie macht es Wirt-Elektronik? Wie sieht es da aus? Also die meistverwendete Oberfläche ist da, die Enic-Oberfläche, was aber sicherlich auf unsere Spezialisierung in der Industrieelektronik zurückzuführen ist. Im rechten Diagramm ist die Entwicklung der letzten vier Jahre auch zu sehen. Es zeigt, dass die Halloberfläche an ihre Grenzen stößt und sich in Feinpitch-Anwendungen sowie in der Temperaturbelastung der Materialien disqualifiziert. Ja, Wirt-Elektronik bietet die OSP-Oberfläche nicht an, aber dazu im weiteren Verlauf dann mehr. Schauen wir uns mal die Entwicklung der letzten Jahrzehnte an, wie sich die Oberflächen entwickelt haben. Heute 13 Oberflächen, davon sind noch 11 aktiv. Die gelb markierten sind die bondfähigen Oberflächen. Das sieht man ganz klar, dass die natürlich auch in den letzten Jahren zunehmen mussten, weil die Anwendungen ja auch größer werden. In dem Jahr 2023 sehen Sie ganz unten eine Oberfläche, auf die man sehr viel Hoffnung gesetzt hat, die sogenannte DIG-Oberfläche, also die direkte Vergoldung auf Kupfer. Diese hat sich leider nicht durchsetzen können, weil natürlich da eine dickere Goldschicht angewendet wird, bis 300 µm. Und wenn wir uns später noch die Goldpreise anschauen, dann weiß man auch genau, dass die Oberfläche sehr, sehr gut ist. Sie hat die Möglichkeit zum Bonden, aber eben halt wir das Problem haben, dass die Kosten die Oberfläche leider nicht für die Zukunft oder für die als generelle High-End-Oberfläche zur Verfügung stehen kann. Einfach aus den Kostengründen. Ja, sonst wäre es eine hervorragende Oberfläche. Sie ist nickelfrei und für Feinstleiterstrukturen ideal. Vielleicht findet sie ja noch eine Renaissance, aber wir wissen nicht genau, wie es sich entwickelt. Schön ist zu sehen, dass doch sehr viele Oberflächen zur Verfügung stehen, aber alle doch irgendwo mit Gold in Verbindung stehen und dann eben auch das Thema attraktive Kosten eben wieder im Raum steht. Ja, schauen wir uns die Oberflächen im Detail mal an. Wir fangen an mit der OSP-Oberfläche. Die Beschichtung findet horizontal im Durchlauf statt. Die Analytik der Prozessbäder ist relativ einfach. Die Abwasserentsorgung ist auch relativ einfach, aber man benötigt natürlich eine spezielle Abwasseranlage. Die Prozessführung ist dahingehend schwierig, da kein Spülwasser in die Beschichtungsbäder eingetragen werden darf. Die Prozesskosten sowie die Beschichtungskosten von allen Oberflächen ist die günstigste Variante und die Umwelteinflüsse sind geringer als bei allen anderen Oberflächen. Daher hat natürlich diese Oberfläche auch in der Welt ihre Attraktivität. Sie sehen rechts an der Übersicht der einzelnen Anwendung farblich markiert. Rot bedeutet ungeeignet, Gelb bedeutet die Anwendung hat dort ihre Grenzen und grünen. Es liegen zuverlässige Erfahrungen vor. Also somit sind die grünen Felder für die Anwendung ideal. Sie sehen auch die Details. Die schichtigen sind spezifiziert, je nachdem kundenspezifiziert. Deswegen steht der 01 bis 06. Aber die Lagerfähigkeit ist natürlich auch für die OSP-Oberfläche leider nur begrenzt auf sechs Monate. Und wenn man natürlich ganz unten schaut nach Nachteile, dann hat man das Problem, dass diese Oberfläche eben eine begrenzte Einflusszahl von Temperaturschritten hat und somit eben für mehrfach Löden ungeeignet ist. Deswegen sprachig eingegend ist Industrieelektronik ist die OSP-Oberfläche ungeeignet, weil eben auch teilweise den Durchsteiger ungeschützt im weiteren Verlauf ins Feld kommen und somit Kupfer frei liegt und das ungünstig für die Korrosion. Wir würden dann zur nächsten Oberfläche springen. Das wäre die Enig-Oberfläche, die ja hier bei uns bei Wörter Elektronik die meistverwendete Oberfläche ist. Und auch da noch mal ins Detail gegangen, wie findet die Beschichtung statt? Wie findet vertikal statt? Das liegt an den langen Behandlungsseitungen von Nickel und Gold. Alleine die Zeit für das Vernickeln beträgt ungefähr 23 Minuten und das Vergolden 11 Minuten. Und der gesamte Prozess benötigt ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden. Der Nickel-Gold-Prozess ist technisch sehr, sehr anspruchsvoll und umfasst mehrere chemische Schritte. Zunächst für die autokatalytische Nickel-Abscheidung und dann für das Gold. Jede Phase muss wirklich sorgfältig abgestimmt werden, um die gewünschten Schichtdicken zu erreichen. Ja, wir würden dann mal Ihnen eine Übersicht geben. So sieht die Goldanlage links bei Wörter Elektronik in Niedernhall aus. Eine der Goldanlagen von Wörter Elektronik. Rechts sieht man, wie in den einzelnen Leiterplatten ins Gestell eingesetzt werden müssen. Und im Video ist, ich hoffe, die Übertragung ist gut zu sehen, im Video sieht man jetzt hier das Nickelbad. Und man kann sehen, wie das Nickel sich chemisch abscheidet. Das, was da so blubbert, ist die Wasserstoffabscheidung. Und somit werden in diesem Bad fünf Mikrometer Nickel abgeschieden oder drei bis sechs Mikrometer Nickel. Die Anlage wird mit Reinstwasser betrieben, um wirklich jede Art von Verunreinigung zu vermeiden und eine hohe oder hochreine Oberflächenqualität zu gewährleisten. Dadurch wird auch die ionische Kontamination auf ein Minimum reduziert. Die Goldoberfläche ist sicherlich sehr robust, aber natürlich auch vom Handling sehr, sehr empfindlich. Daher muss das Handling im weiteren Verlauf wirklich genau abgestimmt sein. Und jeder Mitarbeiter muss auch geschult sein und wissen, wie gehe ich mit dieser Oberfläche um, da jeder Fingerabdruck ja zum Ausfall führen kann. Nun würde ich zu der nächsten Oberfläche kommen, und zwar das ist die altbekannte Heißluftverzinnung. Da ist ja sicherlich das Handling ein anderes. Man kennt es ja noch, nur das eine ist natürlich, die Oberfläche ist vom Handling nicht so empfindlich wie Gold. Dafür stößt sie aber mittlerweile an ihre Grenzen. Ich hatte es eingehends gezeigt, die Oberfläche wäre toll für Finepitch-Anwendungen, aber es funktioniert leider nicht. Daher wird diese Oberfläche auch in naher Zukunft sicherlich nicht mehr am Markt so in der Menge verfügbar sein. Ja, die Leiterplatte wird ein heißes Lot getaucht. Wir sehen es gleich. Ich habe ein kurzes Video mitgebracht und danach dann mit 400 Grad heißer Luft abgeblasen. Generell der Vorteil dieser Oberfläche, sie ist bewährt und auch relativ günstig. Sie hat lange eine Lagerfähigkeit. Und man hat natürlich auch ein Lotdepot auf dem Pad, was eben schon mal, wie sagt man immer, vorgelötet ist, ist eine gute Oberfläche. Ja, der Nachteil natürlich ist Stress für das Material. Wir haben diese Thematik immer mit den unebenden Oberflächen. Das heißt, Bauelemente werden fehlplatziert. Und natürlich diese Thematik mit den Finepitch-Anwendungen. Später dazu noch etwas mehr. Ja, hier sieht man noch mal typische Heißluftverzinnungsoberfläche mit ihren unterschiedlichen Schichtdicken auf dem Pads. Was bedingt ist durch diese Luftabblasung. Sie sehen jetzt hier rechts eine Verzinnungsanlage. Die Leiterplatte wird vorher vorgereinigt. Kupfer muss hoch rein sein, um verzinnt zu werden. Die Platte wird jetzt in heißes Lot eingetaucht. Wir sehen es gleich von der Seite. Sie ist jetzt schon eingetaucht unten und gleichzeitig beim Herausziehen wird jetzt links und rechts sind Luftmesser mit einem Tysa Luft nochmal, das Lot abgeblasen wird. Dadurch kommt es zu Verwirbelungen und das führt auch dazu, dass man dann auf der Oberfläche immer diese unterschiedlichen Schichtdicken hat oder diese Anhäufung. Danach ist die Leiterplatte natürlich mindestens mal 300 Grad heiß, muss abgekühlt werden und muss natürlich auch gereinigt werden. Das fällt auch relativ schwer, weil natürlich auch Fluxmittel sich auf der Oberfläche befinden. Diese müssen ja sauber gereinigt werden. Das Thema des Kupferabtrags möchte ich kurz noch erwähnen. Bei dem Lötprozess findet natürlich auch eine Rücklösung von Kupfer statt, die man vorher auch vorhalten muss. Also wir müssen vorher, bevor wir Heißluft verzinnen, müssen wir wissen, dass wir da einen Abtrag haben von Kupfer, was bis zu sechs, sieben Mikrometer sein kann in der Höhse und in diesen Kupferabtrag, den muss man natürlich vorher dazugeben bzw. muss vorher bedenken, ich muss mehr Kupfer abtragen, dass ich Heißluft verzinnen kann. Das ist sicherlich auch ein Nachteil, weil die Kupferabscheidung ja auch sehr teuer ist. Kommen wir zur nächsten Oberfläche. Das wäre die Chemisch-Zinn-Oberfläche, auch eine sehr begehrte Oberfläche. Die Standardschichtdicke liegt um ein Mikrometer. Einsatzgebiete, Löten-Einpresstechnik, Fein-Pitch-Anwendungen möglich und BGAs. Sie ist hier eigentlich eine Zinnoberfläche und eigentlich ideal geeignet für alle Anwendungen. Das einzige Problem, das man natürlich hat, dass sie zur Fiskerbildung neigt oder eben auch zu Oxidation neigt. Und das führt dazu, dass die Oberfläche eben nur diese Lagerzeit von sechs Monaten hat. Und wenn man mal einen Temperaturprozess schon durchgeführt hat, ich nenne es jetzt mal, wenn man einmal gelötet hat, findet natürlich dann auch eine Umwandlung von Zinn und Kupfer in eine, nennen wir es mal Bronze-Schicht. Und diese Schicht ist natürlich dann auch beim zweiten Mal schwer lötbar. Daher Schemisch-Zinn ist eine gute zuverlässige Oberfläche, aber eben halt für Mehrfachlöten sollte man sie nicht unbedingt einsetzen. Es kommt immer darauf an, wie oft man lötet. Ich denke, da sind die Erfahrungen ja auch da im Markt. Grundsätzlich hat diese Oberfläche ihre Berechtigung. Ich zeige Ihnen noch ganz kurz hier, wie die Schichtung stattfindet. Sie kann generell horizontal stattfinden, aber auch vertikal. Das einzige Problem ist, wenn Sie Microwires haben, dann muss man darauf achten, dass die möglichst horizontal abgebildet wird, damit man eine gute Durchströmung der Microwires hat. Es geht ja letztendlich auch um die Schichtstärke in der Tiefe vom Microwire. Deswegen ist das vertikale Verfahren da ungeeignet. Rechts sehen wir mal so eine Anlage, die relativ lang ist für die Verzinnung. Die steht in der Schweiz bei der Firma Hofstetter. Ähnliche Anlagen haben Längen um die 30 bis 40 Meter und sind natürlich sehr kostenintensiv im Unterhalt. Auch das Thema in der Prozessführung ist sehr, sehr komplex. Man muss auch darauf achten, dass in den Prozessbädern so wenig wie möglich Sauerstoff eingetragen wird, weil sich da ein sogenannter Zinnstein bildet, der dann die Module verunreinigt und die Reinigung sehr, sehr intensiv und schwer ist. Also von daher ist die Prozessführung oder die Wartung, so muss man sagen, sehr aufwändig. Ja und eine der Oberflächen, die sehr interessant ist auch, ist die Chemisch-Silberoberfläche. Die Schichtdicken liegen bei 120 bis 300 Nanometer. Die Lagerfähigkeit 12 Monate. Ich habe da mal drei Sternchen hingemacht. Natürlich ist die Lagerfähigkeit in der offenen Atmosphäre schwierig bei Silber. Silber oxidiert nun mal. Das kennt jeder von Omas alten Kaffeelöffel. Es ist halt einfach ein Thema, dass die Silberoberfläche einen organischen Schutz auf der Oberfläche, auf der eigentlichen abgeschiedenen Silberoberfläche hat. Und durch Thermik oder durch UV wird dieser Schutz natürlich auch zerstört und somit oxidiert dann die Leiterplatte. Das Gute ist, dass die Silberschicht, wenn sie oxidiert ist, dass Silberoxid sich gut löten lässt. Nur wenn sich Sulfid gebildet hat, also wenn es wirklich schwarz ist, dann lässt sich die Oberfläche halt auch gar nicht mehr löten, beziehungsweise nur noch bedingt und ist dann wirklich nicht mehr geeignet für die weitere Verwendung. Deswegen hat die Firma Wörtelektronik eine spezielle Folie. Ich zeige Ihnen den Nachgang und wir verpacken diese Leiterplatten in eine sogenannte Interceptfolie, die eben die Oxidation verhindert. Ansonsten haben wir viele Untersuchungen gemacht mit der Silberoberfläche. Wir können auf diese Oberfläche bonden. Natürlich dieses Thema mehrere Lötfolgen oder mehrere Reflow-Prozesse sind möglichst zu vermeiden, beziehungsweise zwischen den Reflow-Prozessen die Zeiten sollten sich gering wie möglich halten. Und mich fragt man immer, was ist gering? Ich rede immer von ein, zwei Wochen und dann sollten die Leiterplatten fertig bestückt sein. Hier haben Sie nochmal eine Gesamtübersicht aller Oberflächen und dann auch die Oberflächen Enepig und Sie sehen rechts noch das Softgold und Hardgold, was natürlich sicherlich für einigen Anwendungen auch in Frage kommt. Aber da wollten wir später in einen anderen separaten Webinar nochmal darauf eingehen, was muss ich denn beachten, wenn ich Hardgold oder Softgold einsetze. Ja, wie wähle ich eine Oberfläche aus? Diese Frage stellt sich ja immer und ich habe natürlich einige Kriterien zu beachten. Ich muss gucken, Kosten, Umwelt, Verträglichkeit. Ich muss schauen, wie sieht das Layout aus? Welche Bauelemente verwende ich? Das Thema Zuverlässigkeit ist natürlich ein wichtiges Thema. Und die Frage stellt sich ja immer, gibt es die universelle Lotoberfläche? Leider gibt es sie nicht, aber man kann sich für eine Anwendung einige Fragen stellen, welche bei der Auswahl hilft. Und die haben wir Ihnen hier mal zusammengefasst. Und das sind so die wichtigsten Fragen, die ich mir stellen muss, bevor ich mich für eine Lötoberfläche entscheide. Und ich möchte die auch gar nicht einzeln im Detail durchgehen. Sie soll sicherlich erstmal helfen, um sich grundsätzlich Gedanken zu machen, was für Anforderungen habe ich an dieser Oberfläche? Was für Techniken wende ich an und habe denn erstmal eine grobe Übersicht? Und kann dann vielleicht über eine Schnellauswahl hier mal entscheiden, welche Oberfläche geeignet ist. Eingehends hatte ich gesagt, die gelb markierten sind die bundbaren Oberflächen, sofern sie die Anwendung haben. Ja, eins möchte ich noch vielleicht erwähnen. Hier steht immer der Unterschied zwischen ENIG, erste Generation und zweite Generation. Also die erste Generation von ENIG war sicherlich noch einigen bekannt, dieses ganze Thema Blackpad. Man hat dann sehr schnell oder relativ schnell erkannt, wo der Fehler zu finden ist. Und hat dann die zweite Generation von der ENIG-Oberfläche vermarktet und die hat sicherlich dieses Problem nicht mehr. Uns ist es nicht mehr bekannt, dieses Blackpad-Thema. Von daher hat sich die Oberfläche auch gut entwickelt. Kommen wir jetzt zu den bekannten Risiken im Feld. Wir haben Ihnen hier mal einige zusammengefasst. Und bei der Heißluftverzinnungsoberfläche kennt sicherlich einer oder andere, hat es schon mal erlebt, diesen Yellow-Effekt. Der sicherlich jetzt nicht zum Lötfehler führt. Aber zumindest erst mal in der Anlieferung stellt man sich die Frage, warum ist denn die Oberfläche jetzt gelb? Da ist doch irgendwas anders. Diese Effekte sind bekannt. Oftmals stören sie aus optischer Natur. Lötbar sind sie. Wir haben sehr oft diese Thematiken früher gehabt in der Anfangsphase, wo die Lote noch etwas anders waren. Aber man sieht auch diese Yellow-Effekte, wenn die Flächen, die Lote-Flächen ziemlich groß sind, dann fällt es halt auf. Aber lötbar sind diese. Es ist eine ganz hauchdünne Angstrom. Schicht auf der Oberfläche, die bedingt es von dem Lote selber. Und daher kommt diese Gelbfärbung. Ja, die anderen Themen sind bekannt. Zinnberge natürlich, das ist so das größte Thema. Oder eben auch Bohrungen, die nicht freigeblasen sind zu 100 Prozent. Und es gibt Anhäufungen in der Bohrungsmitte. Das sind so die Hauptthemen bei dem Heißluftverzinnungsprozess. Chemisch Zinn ist das Kernthema natürlich die Whisker-Bildung. Die Whisker-Bildung ist im Prinzip eine mechanische Ausdehnung. Oder eine mechanische Ausdehnung, muss man sagen. Da wirken Kräfte und es wachsen eben Zinn, feine Zinn, wie so Stalaktiten, schwer zu sagen. Aber sie wachsen und können zu Kurzschlüssen führen. Und das ist natürlich dann sehr schwierig, weil es ohne Einfluss von Strom oder Ähnlichem stattfindet. Das heißt, es kann im Lager stattfinden. Und natürlich kann es da zu Riesenproblemen geben im späteren Verlauf. Mausbytes, der Begriff vielleicht bekannt. Es sieht aus, als wenn Kupfer sich zurücklöst. Wie so, als wenn jemand ein Kupferstück rausgebissen hat. Ist auch ein Riesenthema gewesen in der Vergangenheit. Das hat im Ursprung eigentlich mit der Lötstopp-Maske zu tun und findet man immer wieder im Markt das Thema. Aber man kann das natürlich vermeiden in der Prozessführung vom Lötstopplack und auch von der Verzinnung. Bei der Chemisch-Silber-Oberfläche haben wir das Thema Kripp-Corrosion und Oxidation. Es ist halt so, auch wieder da das Thema Kurzschluss. Man findet halt wirklich, zwischen den Pads kann es passieren, dass die Silberschicht wandert und irgendwann dann zum Kurzschluss führt. Und Oxidation hatte ich ja eingehend erwähnt. Also jede Oberfläche, wollten wir eigentlich bloß aufzeigen, hat ihre Probleme. Und auch wenn wir weitergehen, auch chemisch Nickel-Gold. Das bekannte Fehlerbild Black-Pet oder ein negatives Bond-Ergebnis kennt man sicherlich auch. Und Missing-Pet ist auch so ein Thema, dass einzelne Pads einfach nicht vergoldet werden. Teilweise auch elektrolytisch oder elektrochemisch Natur. Und das Thema Nickel-Korrosion gehört ja zum Black-Pet dazu, ist hier nochmal extra benannt. Bei der OSP-Beschichtung sind es eigentlich hauptsächlich diese Mehrfachlötungen, die zu Problemen führen und mechanische Beschädigungen. Die Schicht ist ja hauchdünn. Und somit ist natürlich das Handling immer sehr wichtig für die Bestückung bzw. für das Handling allgemein im Lager. Ja, hier rechts nochmal aufgeführt, das Hard- und Softgold. Und da sind es auch natürlich Lötprobleme bei dickeren Schichten sowieso ungeeignet, dass man auf dicke Schichten lötet. Aber wir haben sie halt hier nochmal dargestellt, weil es ja doch einige Anwendungen gibt, wo man auf Hard- oder Dickgold lötet. Ja, was bedeutet das Löten für die Leiterplatte? Wie beeinflusst der Trocknungsprozess die Oberflächen? Grundsätzlich kann man sagen, wenn man lötet, ist es erstmal Stress für die Leiterplatte. Ja, warum? Alle Materialien dehnen sich unterschiedlich aus und wirken aufeinander. Es gibt Scherspannung, Feuchtigkeit will entweichen, Gefüge verändern sich. Also da findet ein großer, großer Stress statt. Daher empfehlen wir natürlich immer, dass wir vor dem Lötprozess ausreichend trocknen. Das ist natürlich immer schwierig, wie macht man es? Und deswegen haben wir uns vor einigen Jahren das Thema angenommen und haben ein Letter entwickelt, wo man genau sehen kann, wie man trocknen muss und wie die Folge ist. Sehr gut, ich kann es Ihnen nur empfehlen. Ich habe im weiteren Verlauf den Link eingefügt, den Sie sich dann auch sicherlich auf unserer Website anschauen können. Ja, wenn man alleine sieht, dass die Wasseraufnahme für eine normale Leiterplatte in 24 Stunden bei 3% liegt, dann ist es schon beachtlich und man kann sich vorstellen, was passiert. Wenn man dann in 240 Grad heißen Lot oder beziehungsweise in Reflow geht, dann kann es natürlich förmlich zu Explosionen kommen und deswegen ist Trocknen sehr, sehr wichtig. Wir haben hier einen Auszug unten, sehen Sie den Link, den Sie dann gerne folgen dürfen. Und natürlich werden auch einige Themen behandelt, die sehr wichtig sind. Einfach wie der feuchte Gehalt, wie das Gleichgewicht überhaupt entsteht in der Leiterplatte. Und Sie können sich wirklich alle Themen im Einzelnen raussuchen. Muss ich Unterschiede machen bei Starflex-Artikeln oder verschiedene Materialien? Also all diese Themen werden in dieser Broschüre bearbeitet. Für die aufgenommene Feuchtigkeit, die hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Und wir haben hier ein Gikawa erstellt und Sie können ja gerne für sich selbst mal schauen, welche Faktoren die Einflussfaktoren sind für Ihren feuchten Gehalt in der Leiterplatte. Man sieht also, das Layout hat riesen Einfluss natürlich. Die Lagerung, die Verpackung und Materialien an sich. Also spannendes Thema. Ich möchte bloß darauf hinweisen, wir haben uns erspart, Ihnen Bilder zu zeigen von Delamination oder Ähnlichem. Aber wir sehen doch sehr oft Folgen aus schlechter Trocknung. Und daher ist uns dieses Thema sehr, sehr wichtig und gehört für mich auch zu dem Thema Endoberflächen dazu. Deswegen habe ich es hier nochmal separat mit in der Präsentation. Wir haben für Sie hier noch ein Thema mitgebracht. Und zwar, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt Leiterplatten bestücke und habe aber noch zweiten, dritten oder vierten Lötprozess und muss zwischendrin lagern. Ich hatte eingehendst erklärt, wir haben die chemische Silberoberfläche in einer speziellen Folie, die wir verpacken. Die nennt sich Intercept. Das ist ein patentiertes Verfahren. Das ist eine Kupfer-Polymerfolie, die dafür sorgt, dass die Radikale in der Verpackung reduziert werden und auch von außen nicht durch die Verpackung durchdringen können, weil Kupfer reagiert mit dieser Radikalen, egal in welcher Form sie sind. Und wir haben sehr gute Erfahrungen mit dieser Folie. Und es gibt auch diese Inliner für die Verpackungsboxen. Und man könnte zum Beispiel teilbestückte Leiterplatten darin zwischenlagern. Und somit findet in der Verpackung sogar ein Schutzprozess statt und außerhalb natürlich von außen auch kein Angriff direkt auf die Leiterplatte. Ich habe dieses Thema gerne Ihnen mal mitgebracht, wenn Sie nähere Informationen dazu benötigen. Sie gehen gerne auf die Seite von Intercept und wir geben Ihnen auch gerne die Adresse. Ja, natürlich entstehen einmalige Kosten, aber diese Verpackung verschleißt nicht. Sie ist nicht unbedingt, dass Sie sie verwerfen müssen, sicherlich nach mehreren Jahren. Aber somit haben Sie einmal Kosten. Aber das wäre halt eine Möglichkeit der Lagerung. Ja, wir sehen die Herausforderung der Zukunft an. Eine Herausforderung für die Fein-Pitch-Technik ist natürlich der Abstand zwischen den Pads, welchen wir uns sicherlich in der Zukunft nicht mehr leisten können. Diese 10 Mikrometer, also jeweils 5 Mikrometer an den Pads, sorgt natürlich auch dafür, dass wir dann Probleme im Fein-Pitch-Bereich haben. Somit gehen wir davon aus, dass die Nickel-Oberfläche sich in den nächsten Jahren aus diesem Problem disqualifizieren werden. Aber auch natürlich nickelfreie Oberflächen sind ja auch in der Medizintechnik sicherlich gewollt. Und daher wird sich in naher Zukunft diese Oberfläche auch, so wie die Heißluftverzinnungsoberfläche, wird die sich sicherlich aus dem Markt ausschleichen. Auch aus diesem Grund. Sie sehen mal hier nur die Materialkosten für die einzelnen Beschichtungen, was sicherlich auch interessant ist. Und Sie sehen da schon die chemische Nickel-Gold-Oberfläche und die Enepic-Oberfläche, die explodieren und wir wissen gar nicht wohin. Sie sehen es hier alleine in der Goldpreisentwicklung in den letzten 5 Jahren, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass der größte Anteil natürlich die Endoberfläche hat. Oder nehmen wir jetzt nur die Goldoberfläche und dann muss eine neue Oberfläche gefunden werden. Daher wird sich der Markt neue Oberflächen suchen, so wie wir es bei den Golddrahtbonden gesehen haben. Denn früher hat man noch mit Golddraht gebondet und heute hat sich ja eine gute Alternative ergeben. Mittlerweile bondet man ja mit Kupfer- und Palladiumdrähten und auch da sind sehr gute Ergebnisse zu sehen. Zusammengefasst, die Zukunft der Endoberflächen für Leiterplatten und ähnliche Anwendungen in Bezug auf Umwelteinflüsse wird voraussichtlich von verschiedenen ökologischen und regulatorischen Faktoren geprägt sein. Es ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren umweltfreundlichere und energieeffizientere Verfahren zur Beschichtung von Leiterplatten und ähnlichen Produkten an Bedeutung gewinnen. Wir sind sehr gespannt und halten Sie natürlich auf den Laufenden. Und ich darf mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank!